Es geht um Artenschutz für Menschenaffen, den Quantenmagnet-Sinn von Vögeln und ein erstaunliches Gerät, mit dem sich Trinkwasser ohne Energieaufwand aus der Luft holen lässt. Herzlich willkommen zu Meldungen aus der Forschung, dem Begleitkanal zu unserem Podcast Expedition in die Forschung. Gleichzeitig mit diesem Video geht wieder eine volle Podcast-Feature-Episode online. Mein Gast Thea Hamm erforscht für ihre Doktorarbeit, wie sich Mikroplastik im Meer auf die Tierwelt auswirkt. Und wie immer gehen wir tief ins Detail. Wenn euch also die Geschichten hinter aktueller Forschung interessieren, dann ist der Podcast auf jeden Fall etwas für euch. Ihr findet den Podcast natürlich hier auf YouTube, aber auch auf Spotify und allen gängigen Podcast-Apps. Und natürlich auf unserer Webseite www.expedition-in-die-forschung.de Dennis postet immer wieder Wissenschaftsnachrichten als kurze Videos in den sozialen Medien. Für die Meldungen aus der Forschung wählen wir dann drei der beliebtesten Nachrichten aus, um sie euch hier vorzustellen. Los geht's! Menschenaffen geht der Platz aus. Klimawandel und Bevölkerungswachstum schränken die Lebensräume der teils kritisch vom Aussterben bedrohten Schimpansen, Bonobos und Gorillas zunehmend ein. Eine internationale Forschergruppe hat berechnet, worauf sich die Schutzorganisationen und Regierungen in der Region einstellen müssen. Die Forschungsteams aus Afrika, Nordamerika und Europa, darunter Forschende des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung, des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie und der Universität Halle-Wittenberg, trugen eine große Anzahl veröffentlichter Daten zu den Beständen der Menschenaffen und den Vorgängen in den betroffenen Regionen zusammen. Mithilfe dieser Daten stellten sie eine Reihe von Modellrechnungen an, die sich die Verbreitungsgebiete der Tiere in den nächsten 30 Jahren, also bis 2050, verändern werden. Ihre Prognose ist wenig erfreulich. Selbst wenn eine Reduktion des weltweiten CO2-Ausstoßes sofort einsetzen würde, werden die Menschenaffen voraussichtlich etwa 85% ihrer derzeit bewohnten Lebensräume verlieren. Schlimmstenfalls könnten bis zu 94% des Lebensraums verloren gehen. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass neue Gebiete im Hochland für Menschenaffen bewohnbar werden könnten. Ob die notwendigen Ökosysteme und auch die Menschenaffen selbst sich jedoch schnell genug in diese Regionen ausbreiten können, ist ungewiss. Ränderbewegungen und genetischer Austausch zwischen den Gruppen können zusätzlich durch das Zurückziehen der Lebensräume in höhere Lagen erschwert werden. Denn bisher zusammenhängende Lebensräume würden teils voneinander getrennt. Die Forscher empfehlen dringend, dass ihre Erkenntnisse in die Planung neuer, größerer Schutzgebiete, aber vor allem auch von neuen Straßen und Wohn- und Agrargebieten berücksichtigt werden. Sodass zum Beispiel Korridore bestehen bleiben, die den einzelnen Menschenaffengruppen die Wanderung ermöglichen. Ja, das sind echt keine guten Nachrichten. Nee, das kann man auch nur machen. Ich meine, der Klimawandel findet statt. Die Menschen werden wohl auch noch eine Weile mehr werden. Und irgendwie muss man das mit dem Überleben der Menschenaffen vereinbar machen. Aber etwas, was wir jetzt hier ausgelassen haben, was aber auch so angedeutet war in dem Paper, war, dass die Menschenaffen sich dann auch häufiger gegenseitig über den Weg laufen. Und die sind ja sehr territorial. Und vor allem die Schimpansen sind super aggressiv. Dann gehen die aufeinander los. Ich habe eine Meldung gesehen, das war wohl das erste Mal, dass sowas dokumentiert wurde, wo eine Gorilla-Familie auf eine Schimpansen-Horde gestoßen ist. Und ja, die Schimpansen haben angegriffen und zwei der jungen Gorillas haben das nicht überlebt. Kommen wir zu fröhlicheren Meldungen. Der Quantenmagnetin im Vogelauge. Der Magnetzin von Wirbeltieren ist eines der vielleicht kuriosesten Rätseln in der Tierforschung. Zwar weiß man schon seit Langem, dass Vögel einen solchen Sinn besitzen, doch wo er sitzt und wie er funktioniert, bleibt unklar. Nun könnte die Forschung einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht haben. Kryptochrome sind Proteine in der Retina von Vögeln, die auf Licht reagieren. Deren genaue Funktionen kennen wir aber nicht. Seit einiger Zeit vermutet man, dass sie am Magnetzin beteiligt sein könnten. Die Idee, der Winkel, in dem Kryptochrome 4 zum Erdmagnetfeld liegt, könnte dessen chemische Eigenschaften verändern. Also statt sich mechanisch wie eine Kompassnadel auszurichten, könnte es sich um eine Art chemischen Kompass handeln. Ein großes Team aus ForscherInnen in England, Deutschland, den USA und China hat darum mit großem Aufwand geprüft, ob Kryptochrome 4 tatsächlich die vorhergesagten magnetischen Eigenschaften besitzt. Dazu isolierte Erstautorin Ching Ching Chu von der Universität Ollenburg das Gen, das in Rotkelchen die Bauanleitung für Kryptochrome 4 darstellt. Dann stellten sie verschiedene Varianten des Gens her und brachten diese in Bakterien ein. Die Bakterien stellten dann größere Mengen der unterschiedlichen Varianten von Kryptochrome 4 her. ForscherInnen in Oxford verwendeten eine Reihe modernster Messverfahren wie Magnetresonanzmessungen und neue Methoden der Spektroskopie, um die Empfindlichkeit der verschiedenen Kryptochrome 4-Varianten für Magnetfelder zu messen. Sie konnten die magnetischen Eigenschaften von Kryptochrome 4 nachweisen, darüber hinaus bestätigten sie quantenmechanische Berechnungen weiterer Forscher in Oxford und Oldenburg. Diese hatten vorausgesagt, welche der 527 Bauteile des Proteins für diese besonderen Eigenschaften verantwortlich sind. Außerdem zeigten sich die Kryptochrome 4-Versionen von Vögeln, die keine größeren Reisen machen, als weniger magnetisch aktiv. Kryptochrome 4 könnte also prinzipiell tatsächlich als der magnetische Kompass für den Magnetien von Rotkelchen dienen. Der abschließende Beweis fehlt aber noch. Jo, ja, ich fand das total spannend, weil ich meine, wann hat man das schon mal, dass jemand hingeht und also wirklich quantenmechanische Berechnungen anstellt. Das hat überhaupt nichts mit den ganzen Vögeln da drin zu tun. Nee. Der Herr Eckmeier hat ein Faible für Vögel. Wieso machst du Eckmeier in Anführungszeichen? Ich finde, wir sollten viel mehr Themen über Insekten haben. Die sind viel cooler. Mein Forschungsthema frisst dein Forschungsthema. Das einzige Mal, dass wir Insekten hatten, da sterben die an Glyphosat. Aber tatsächlich finde ich das wirklich beeindruckend, von der Quantenebene bis ins Verhalten ein Thema erforschen zu können. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten, regelmäßigen Zugang zu saurem Trinkwasser. Eine Arbeitsgruppe in Zürich entwickelte nun einen Kondensator, der zu jeder Tageszeit Wasser aus der Luft gewinnen kann, ganz ohne Energieaufwand. Abseits von Gewässern und Grundwasserreservoirs bleibt nur eine Wasserquelle, die Kondensation von Luftfeuchtigkeit. Warme Luft nimmt nämlich mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Wenn man Luft also abkühlt, schlägt sich ein Teil der Luftfeuchtigkeit in Wassertropfen nieder. Das ist die Kondensation. Und die sieht man zum Beispiel bei schwitzenden Getränkedosen. Wenn man sie aus dem Kühlschrank holt, kühlt sich die Luft an der Dose ab, die kalte Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten und Wassertropfen entstehen an der Oberfläche der Dose. Für die Wassergewinnung brauchen wir also eine kühle Oberfläche, an der Wasser kondensieren kann. Um einen Gegenstand abzukühlen, kann man Energie aufwenden, wie im Kühlschrank. Wenn man Energie sparen will, kann man sich den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht zunutze machen. Also im Prinzip Tau absammeln. Dann kann man aber nur Nachts Wasser gewinnen. Die Schweizer Forschenden haben einen neuen Ansatz verfolgt. Sie entwickelten eine Platte, die sich selbst kühlt, ganz ohne Energieaufwand. Die Platte ist mit Silber beschichtet, wie ein Spiegel, und darüber mit einem besonderen Polymer, das Infrarotlicht in einer Wellendänge abstrahlt, die von der Atmosphäre nicht wieder aufgenommen oder reflektiert wird. So kann die Platte Wärme optimal abstrahlen. Darüber hinaus umgaben sie die Platte mit einem kegelförmigen Strahlenschild. Der lässt die abgestrahlte Wärme entweichen und schirmt die Platte gleichzeitig von Umgebungswärme ab. So wird die Platte bis zu 10 Grad kühler als die Umgebung. Luftfeuchtigkeit kondensiert und tropft dank einer weiteren wasserabweisenden Schicht in einen Auffangbehälter. 53 Milliliter Wasser pro Quadratmeter und Stunde kann die Testanlage aus der Luft holen. Also etwa 1,2 Liter am Tag. Das läge nahe am theoretischen Optimum. Die Forschenden hoffen, dass ihre Entwicklung aufgegriffen wird und in größeren Anlagen in Regionen mit Wassermangel umgesetzt. Ich frage mich immer, was mit unseren Hörern los ist. Entweder sind es Vögel oder Hiobsbotschaften heute. Willst du damit etwa behaupten, dass ich die Sachen aussuche und nicht unsere Zuhörer? Vielleicht bist du besonders attraktiv für Leute, die entweder den Klimawandel stoppen möchten oder sich für Vögel interessieren. Ja, beides ist nicht unmöglich. Nein, grundsätzlich finde ich, dass es eine tolle Idee ist, Wasser auf diese Art und Weise zu gewinnen. Und in vielen Fällen denke ich, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, vor allen Dingen auch in Katastrophengebieten, schnell an Trinkwasser zu kommen. Und ich finde so 1,2 Liter, das ist so an der Grenze zu dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, wenn du jetzt pro Person so einen Quadratmeter von dieser Platte hast, dann würden die auf jeden Fall nicht verdursten, die Leute. Und du brauchst wahrscheinlich Luftfeuchtigkeit. Also die Frage ist natürlich, 1,2 Liter, bei welcher relativen Luftfeuchtigkeit? Welche dieser Meldungen fandet ihr am spannendsten? Menschenaffen geht der Platz aus? Quantenmagnet sind im Vogelauge? Oder Trinkwasser aus der Luft? Lasst es uns wissen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020